Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du da bist. Wir beginnen heute mit den Übertragungsmedien. Das ist nämlich Modul 2 und wir schauen uns genauer an die Koax-Leitung erstmal. Die Koax-Leitung ist einfach ein Kupferdraht, der von einem Dielektrikum, ein nicht elektronisch leitendes Material, umgeben ist. Zudem kommt noch eine Schirmung gegen Störung und dann ein Kabelmantel aus Kunststoff, damit keine physischen Schäden entstehen. Und der Vorteil von dieser Schirmung ist eben, dass es weniger anfällig für EMV-Probleme ist. Also EMV steht für elektromagnetische Verträglichkeit. Kurz gesagt, weniger Störsignale können das hauptsächliche Signal beeinflussen. Zudem ist eine hohe Übertragungsrate gegeben. Es ist eine niedrige Dämpfung da und das Kabel ist auch nicht so sehr flexibel, da eben der Kupfer auch brechen kann. Deswegen sollte man eben die Biegeradien einhalten. Die Daten werden hier ganz einfach über Strom an Strom ausübertragen, 1 und 0. Und dann eventuell noch mit einem Protokoll verbunden. Genau, kommen wir zum Lichtwellenleiter. Der besteht aus Glas oder Kunststoff, hat innen drin ein Chor und außen drum ein Cutting, das das Licht reflektiert. Wir sehen hier, das grüne ist ein Lichtstrahl. Der muss in einem bestimmten Winkel einfallen, sonst ist es nicht mehr akzeptabel und es gibt einen Fehler oder die Daten werden nicht richtig übertragen. Und dann wird er immer weiter gebrochen, bis er eben an seinem Ziel ist. Hier sind die Pegel nicht elektronisch, sondern eben durch Licht. Es gibt einmal Licht aus und Licht an. Und so werden eben die Daten dann übertragen. Hier ist ein Vorteil, dass diese Lichtwellenleiter sehr schnell ist und eben dadurch höhere Bandbreiten ausgenutzt werden können. Genau, das war es vom Modul 2. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich im Modul 3. und dann sehen wir uns jetzt gleich im Modul 3.